Dean Rosenthal, Stern 1974 in Concord, Massachusetts, ist ein US-amerikanischer Komponist. Rosenthal studierte Philosophie und Musik an der McGill University. Seine Kompositionslehrer waren U.A. Tom Jonsson, Morten Sabatnik und Wada Dahlio Smith. In seinen Werken setzt er eine mathematische Kompositionstheorie um, wie sie von seinem Lehrer Tom Jonsson, Dmitri Jitimoktsk und Jon Wild vertreten wird. Bekannt wurde er mit einer Reihe von Porträtkompositionen zeitgenössischer Komponisten und Musiker, Luciano Berriu, Thomas Wagner, John Keatsch, Cornelius Kadewild, Morten Feldmann, Glenn Gould, Lou Harrison, Eric Sarty. Kompositionsaufträge erhielt er U.A. von Barbara Egerly und Morten Sabatnik. Seine Werke wurden U.A. bei der LCT Nick Music Foundation in New York, im Taipei Contemporary Art Center, im Londoner Stratford Circus, am Axiom Center for New End Experimental Media in Boston und am Theatro San Giorgio in Udina aufgeführt.